die reise bisher eine große arena voller blut einer schlagener riese ein tribut in voller höhe gezollt doch bevor der könig unserem reiter hilft muss er seinen hof der toten haben ja leute und hier sind wir wieder zu let's play darksiders 2 ich komme gerade aus der assassin's creed aufnahme ja und so waren wir auch bei der feuerprobe aber hier möchte ich gerne wieder weg jetzt erst mal wieder reinkommen ich habe die letzten tage zum größten teil darksiders gespielt also den ersten teil der ist ja doch von der steuerung her ein bisschen ein kleines wenig ja die feuerprobe verlassen ja beim letzten mal haben wir den könig der unterwelt hier getroffen also des toten reichs und der wollte dass wir ja dass wir seine fürsten fürsten des toten reichs finden dann hilft er uns ja und das werden wir natürlich versuchen auch endlich wieder ein pferd bei darksiders 1 bin ich noch nicht so weit dass ich das pferd habe also ruie oder wie das pferd heißt schlimme war dass ich das spiel noch mal von vorne anfangen musste aufgrund eines bugs aber jetzt spielen wir darksiders 2 und hier gibt es keine bugs zumindest hoffe ich das naja es wird welche geben aber ich werde sie nicht bekommen die frage ist natürlich auch wo müssen wir jetzt hin klamm des leviathans und da sind wir die geilen knochen von denen ich bei darksiders genug gesehen erst mal schüße fücher und dann sehe ich hier kisten ach tot kann ja gar kein doppelsprung auch mann wieso sind dort warum ich sehe hier keine kisten irgendetwas verarscht mich hier wir sind wahrscheinlich unter der brücke aber da kommen wir nicht an wo muss ich jetzt eigentlich hin wo muss ich jetzt eigentlich hin die hülle des abgesetzten königs da haben wir noch einen weiten weg vor uns und cool aber da bleibt uns wohl nichts anderes übrig hoch dad grad zu Das wäre jetzt der Höhepunkt gewesen, wenn ich hier nicht rübergekommen wäre. Aber, äh, meiner Meinung nach waren wir hier doch schon und da war doch das Ende, oder nicht? Oder liege ich da jetzt falsch? Und ich komme immer noch nicht da rüber. Uncool. Richtig uncool. Kann ich nicht schnell reisen? Neue Weltkarte, geht mir die Weltkarte. Ähm, empfindlich. Ähm, empfindlich. Sehr empfindlich heute. Schnelle Reise. Schnelle Reise. Wir sehen, dass bei der Schnellabreise innerhalb einer Fliese ein Verliesweg kommt, in dem sie ganz einfach zurückkehren können. Ja, schön. Ist mir egal. Guck da, ich komme da hin. Ja, das wird nur eine kurze Aufnahme diesmal. Denn wir haben es schon mitten in der Nacht und irgendwie geht es mir auch gar nicht mehr so gut heute. War hier nicht die, die olle Glocke? Hier haben wir auch die olle Glocke geläutet, das weiß ich noch. Ja. Da war so eine... Halt, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ach ja, ich muss ja. Nein, flieg doch nicht vor dem Tod. Yeah, die geilen Fähigkeiten vom Tod habe ich. Ah, scheiße. Krieg kann ja schweben, Tod nicht. Ähm. Kommt ein bisschen doof, wenn man zwei unterschiedliche Spiele spielt. Die, äh, eigentlich gleich sind, aber dennoch jeweils unterschiedlich. Von den Fähigkeiten her. Eine Seefahrermünste, da müssen wir ja Vulgrim wieder treffen. Der in Darkseiders ja auch, äh, die Rolle jedes Händler spielt. Nicht so wie hier, dass ein anderer kommt. Nein. In Darkseiders 1 ist überall Vulgrim. chau. sooo... wir sind da, im Schlaf. sooo... Wieso Verzweiflung? Dann reiten wir mal los. Belebe Farisäer wieder. Jo, das tun wir dann mal. Ich weiß zwar nicht wie. Aber er wird schon schief gehen. Ey, so ein steiniges bei Darksiders gleich zum Anfang. Schon. Wäre schon cool, wenn von dem Spiel ein dritter Teil rauskommt. Auch wenn ich noch keinen von beiden zu Ende gespielt habe. Aber es sind beides geile Spiele, muss ich sagen. Sind das denn jetzt Mumien? Ah, guck mal was da ist. Ein Münzchen. Hey, er hatte kein Zeichen auf dem Kopf. Und ich konnte ihn einfach... Ah. So wie die Menschen bei Darksiders 1 oder was. Oder wie die Krabbelkäfer. Die kommen auf die Fliegendinge. Kann man einfach töten die Mumien. So. Bam, jongen. In your face, bitch. Ah, wo ist denn mein Bombengewächs hier? Ah, wo ist denn mein Bombengewächs hier? Da oben ist aber eine Truhe. Und da ist eine geschlossene Tür. Ach doch, da oben ist ein Bombengewächs. Oder Schattengewächs. Weiß ich, wie das hier heißt. Oh, das ist ein Bombengewächs. 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 Und dann hat's Boomgemacht. Und was haben wir hier schönes... Hm. Jetzt ist die Frage, hilft die Bombe mir dabei, da durchzukommen? Nö, die Bombe nicht. Aber wahrscheinlich irgendwas, was ich mit der Bombe hier bekommen kann. Was ist das da? Todesgriff. Subtil. So. 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 Halt es ein.